das flache klaus in das flache klaus so haben wir gleich ein paar mehr scheiben so da haben wir hier klaus genau und ich brauche clean stones so ach mensch hier fordert noch ein bisschen klaus das können wir noch machen so ein paar klinis damit war ich zufrieden alter das efeu das wuchert ja nur so das alter schwerer so dann machen wir das ein bisschen noch weiter raus das ist dann auch symmetrisch hier gegen den anderen fernse weil sonst fehlt da noch eins und so gut ist halt auch nicht symmetrisch aber ja weiß schon was ich meine und hier das weizen das wächst ordentlich wir gucken zu beim wachsen wachs weizen wachs tut sich da was fotosynthese wundervolles weizen ja tut sich nichts also kann man ja dann hoch so was wollte ich hier noch mal einbauen ich bin schon hier völlig neben der spure wollte ich jetzt hier die küche hin haben ich wollte ja glaube die küche hin haben ich glaube da mache ich das doch am fenster wartet mal zack dann hier so hin kannst du schön raus gucken und so und dann hier so weg erstmal die fackel tun wir erstmal hier auf den boden genau ok ach das bett wollte ich weiter hinter stellen mach ich jetzt so oder so da können wir fackel hin über das bett so das geht jetzt erstmal ne doch das geht oh das weizen wächst na gut wir lassen es wachsen ich hoffe da sind genug fackeln ich mache noch eine hin da tun wir die mal weg tun wir die mal hier hin und die sonne geht schon wieder runter alter schwede so wir sind ja eigentlich ganz gut gesichert aber halt ach wir wollten da hoch noch mal wartet da kommen wir natürlich jetzt nicht hoch und genau jetzt habe ich keine erde scheiße genau ich wollte ja noch da hoch kacke dies ist kacke wartet mal kommt da glaube ich doch hoch ich muss mich noch mehr anstrengen was zum teufel alter schwede da waren zwei skelettos ich glaube ich verpiss mich aber lieber erstmal weil es wird nacht und nachts habe ich schiss nein natürlich nicht aber nicht dass wir wieder nicht schlafen können wegen monstern deswegen leg ich mich mal knacken ich denke mal hier sehen aber ist eigentlich gesichert nun gut wie macht man denn eigentlich steht ins stieg runter ich würde es gar nicht schon schwer breite haben ach weil der ecklinie ist na genau dann machen wir das mal kurz so genau dann machen wir das mal kurz weg wirst schon sehen warum zack so das ist jetzt zwei das wäre aber jetzt drei wenn ich das jetzt mal so mache das geht okay dann ist hier wieder zwei dann müsste dann hier wieder drei also zwei dann so rum so es wird ein bisschen kompliziert hier runter kommen aber das wird schon gehen müssen wir halt alles anformen hier so zack machen wir mal eine fackel hin so wie viel hat man da das waren genau vier hier haben wir auch vier na super das klappt ja cool so komm ich ja jetzt ran war das ist die richtung so kommen wir dann hier wie sie sie runter na Alter ist eh voll schlimm so ach der Ofen feuert nicht mal deswegen so da wollte ich das gerne so machen hier so treppen in jeweils das geht eigentlich oder so warte mal das läuft trotzdem irgendwie die jahren ich mache das mal alles weg können wir ja später irgendwie zur dekoration nochmal nutzen ich mache das erst mal hier weg so da unten komm ich ran na gut egal jetzt erstmal Hauptsache wir haben erstmal einen weg frei so die Kiste lassen wir dann auch nicht oder das gefällt mir nicht da kommt sie quasi dann hier hin jetzt natürlich das Problem jetzt hätten wir das natürlich ein bisschen noch weiter nutzen müssen den Raum so da kommt dann hier also dahin kommt jetzt eh wo haben wir denn ach wir haben kein Tropenholz komm ich ja jetzt wieder hoch wollen wir nicht erst Tropenholz holen oder wollen wir noch gar kein Tropenholz holen dann mach ich das immer kurz weg hier na super so und ich mach mir erstmal besseres Werkzeug Schirmskelett irgendwo so alle wir haben kein Holz das reicht nicht mal für Stickies zu machen so wie wir hatten die noch die Achsen na gut das geht ja noch cool aber wie gesagt erstmal hier die kleinen Bäume dann die großen na so na super jetzt haben wir natürlich naja müssen wir halt mit der Hand durch nützt da alles nix so so der hier noch dann da unten noch wenn da nicht noch ein zweiter steckt ich glaube da steckt noch ein zweiter steckt da noch ein ach scheiße steckt da noch einer jawoll so das wars dann aber auch zack genau ach das können wir natürlich auch machen manchmal aber kurz hier noch den Baum weg denn ich habe ja auch eine coole Idee wenn wir dann hier so einen Eingang machen zu unserem Reich dann kommt man hier so hoch ne die Baumwerke hier alles ach Mensch das wird schon cool werden cool wird das werden cool so na komm rupt dich nach oben schwupp dich nach oben huaajaja und das Weizen wächst schön 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 so 12 das reicht ja so 48 gut ok dann machen wir das mal so dann so hier dann müsste er dann eigentlich hier auch sein und dann ich glaube ich mache das aber aus den ne aus den Cleanstone die Seiten die Wände sehe sauberer aus ok so geht das nicht ich würde es gerne noch einen höher haben so alter das war ja noch so ein kleiner Eingang nach unten so eine Höhle und jetzt haben wir schon das gebaut so angeeben ist schon krass ne so aber mehr machen weniger labern so gehen wir da jetzt so runter ja jetzt haben wir natürlich keine Treppen mehr ich bräuchte mehr Holz sonst renne ich dann nochmal 5 mal raus so genau dann müsst ihr aber eigentlich weil es halt so auch ist sorry ich rede schon wieder sexy so unten könnt ihr eigentlich ist ja egal was reinkommt so ich mach mal grad hier den Weg frei so können wir ja alles wieder ausändern das ist ja kein Problem so dann hier weg hier dran uch ach na oh jetzt wird es natürlich ein bisschen finster so das machen wir mal kurz hier weg noch ah dagegen habe ich schon eine Lösung und zwar machen wir das so hier jeweils an den Pfosten hier uch so so wie sähe denn das aus? sähe denn das gut aus? oder müsste da oben noch ein bisschen was dran? ah da würde ja das nicht mehr mit dem passen ich guck da lassen wir das mal so gut das müssen wir dann halt so lassen hier kommt dann eine Wand rein ach wir haben keinen Stein mehr so naja gut es wird doch langsam so gut dann machen wir das hier mal kurz da muss jetzt ne das ist jetzt richtig da muss jetzt der hier da geht es jetzt halt quasi runter da muss ja hier dann wieder weg frei werden ich hoffe wir kommen so den Scheiß jetzt die Achse runter kaputt äh ich meine die Hacke ähm boah ich brauche auch langsam mal eine Aufnahmepause ich weiß gar nicht wie lange ich das schon gesagt habe ne ich brauche wirklich meine ne so ach naja jetzt haben wir keinen Stein naja so zwei Steine haben wir drei so dann hier eine Steinspitzhacke Spitzhacke okay okay da ist scheiße eh voll das nervt so am Anfang cooler ist jetzt nervt es so das müsste ja dann wieder vier sind ne 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 das muss ja dann die Richtung sein ne genau machen wir wieder das Tropenholz in die Hand hier holen wir nochmal kurz den Stein raus so und dann wieder hier so und dann wieder hier genau da müsste ja hier wieder alles Wand sein müssen wir halt alles zu machen nützt ja nix aber sehe halt besser aus so hier Wand rein hoch so die Wand hier auch nur die Wand so so war mal ne Fackel haben wir ne eine okay mach mal da lang so so das ist wieder war hallo es leckt grad irgendwie wartet mal jetzt gehts wieder hallo Minecraft hä 1000FPS hallo Minecraft ähm ähm ich kann grad gar nix machen ich glaube Minecraft ist hängen geblieben na gut es bewegt sich noch halbwegs hier sieht man manchmal mit dem grad los so wir können jetzt warten aber ich glaube ich mach dann erstmal ne Aufnahme passt das war vielleicht dass die Knall das eine Aufnahmepause machen muss so es geht wieder komisch naja naja was leckt glaube ich mach erstmal ne Aufnahmepause Freunde ich lege euch ins Bette und wir sehen uns die nächste Folge wieder wenn es heißt Treppenbau hier bei Rezrak daheime bis dahin sage ich tschüss und auf Wiedersehen also bis dann Freunde tschüss äh 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 äh